hey ho heute ist es soweit wir machen lecker rindschweinfilet ja und wie und was da drüben ein paar sachen habe ich hergerichtet ob ich sie brauche oder nicht das weiß ich jetzt noch nicht einmal weil experiment und ja so halbwegs habe ich eine vorstellung wie mein rindschweinfilet nachher aussehen soll aber das ergibt sich jetzt gleich da drüben am brett auf geht's ja rindschwein dann habe ich den ofer vom klaus heute one for all zum einwappen ich denke mal der passt da sehr gut dazu ein paar spiele und ein bisschen an bacon das ist alles was man benötigen dazu wird noch bacon rosenkohl geben also bacon in der pfanne ein bisschen anbraten rosenkohl ja ein bisschen vorkochen dass er halbwegs weit ist und dann rosenkohl einfach in die pfanne dazugeben fertig ist es also gar nicht schwierig kann jeder nachmachen brauchen wir nicht extra zeigen wir haben hier ein schönes stück rinderfilet und ein schweinefilet auch wenn man das beim metzger kauft muss man trotzdem noch parieren das mache ich jetzt noch schnell und ja danach sehen wir uns wieder und ich bin immer noch am überlegen wie ich meine rindschwein miteinander paar meine rind und schwein nicht heulen wächst eben rinderfilet oder das gute rinderfilet ich lese es jetzt schon in den kommentaren aber ich habe mir was eingebildet und das mache ich jetzt jetzt bin ja gespannt ob das so klappt so halbwegs wie war das mit dem verflechten ganz rüber auch nicht schatz kannst du noch flechten wie ein zopf ich versuche gerade das gleich zum flechten zum verflechten kannst du mir da mal helfen schnell aber keinen vierer ich kann keinen vierer keinen vierer ich habe jetzt ein vierer ne eins zwei drei vier ein fünfer wir könnten auch das fleisch ein bisschen so googelst du ja oh man machen wir jetzt so was ist das eine nicht ganz so schöne verflechtung so aber wisst ihr was ich jetzt vergessen habe das fleisch zu würzen ich weiß schon wie es geht oh man das ist ein video heute wieder ich wollte natürlich das fleisch vorher würzen ich flippe aus ich flippe aus ich flippe aus also leute ihr seht bei mir im video wird absolut nichts gestellt hier wird gar nichts gestellt jetzt kommt wieder der große aufschrei rinderfilet würzen ich will es einfach heute so tja und ich befürchte fast der bacon kommt nachher doch noch zum einsatz habt ihr das gesehen jeweils ein rind und ein schwein verdreht und verzwirbelt und das längste filetstück jetzt das wickeln wir hier noch einmal außenrum so halbwegs wieder mal hinspülen wer jetzt natürlich gut flechten kann der wäre hier klar im vorteil dann machen wir halt rindfleischfilet im baconmantel so packen wir das rindschweinfilet hier drauf und dann fangen wir zum einpacken an einpacken fast wie weihnachten ist das jetzt dann nehmen wir uns hier unsere spießlein und spießen das einfach ein bisschen quer auf dann macht ihr so viele rein wie ihr meint eins mehr oder weniger ist gar kein problem man könnte ja auch jetzt schöne portionen gleich abstecken tada und fertig ist unser rindschweinfilet im baconmantel genau so nenne ich nämlich jetzt auch das video und leute wir schnappen schmappen schmacken schnappen uns jetzt dieses prachtteil und tja gehen raus zum grill dann raus ich würde mal sagen es ist soweit ich habe einen direkten und indirekten bereich eingerichtet wir wuchten jetzt einfach mal das rindschweinfilet kurz auf direkte hitze zum angrillen ein zwei minütchen und dann drehen wir es einmal um und dann ziehen wir es in indirekten bereich und da ziehen wir es bis ca. 58 bis 60 grad kerntemperatur ja 60 ist eigentlich schon zu viel für rind aber naja wir machen das jetzt so paar minütchen später zange her drehen wir den ganzen joshi einmal um und machen wir dasselbe auf der seite und dann zieht man auch schon in indirekten bereich gerade schon nachgeguckt aber euch will ich dabei haben ganz klar dann nehmen wir das teil wir tun es im indirekten bereich und ziehen es hier jetzt gar eventuell drehe ich das dann noch einmal um 180 grad und naja schauen wir mal bis jetzt ja jetzt liegen wir bei 30 grad ich sehe es schon kommen das rindschweinfilet ist fertig aber der becken rosenkohl nicht aber naja wir werden sehen so freunde ein letzter blick bevor ich jetzt gleich die cam rein bringe schauen wir mal nach der kt was haben wir hier 45 hier haben wir schon 51 hier wären wir schon fertig drehen wir es noch ein bisschen 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 so und dann warten wir noch einen augenblick und dann bringe ich das rindschweinfilet rein und wir sehen uns drinnen wieder ja tada sieht das nicht geil aus das prachtstück so mache ich jetzt gleich einmal einen konkreten mittelschnitt geh weg hilfe hilfe moment dann nehme ich die cam aber in die hand du hast gesagt wird hier und so sieht der bacon rosenkohl in der pfanne aus aber jetzt schauen wir rüber zum fleisch johol 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 leute schaut euch das an also rindfleisch ist nicht zu durch wunderbar 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 richtig 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 geil ja dann richte ich mir ein tellerchen an und dann sehen wir uns zum probieren tja freunde und hier haben wir jetzt unser rindschweinfilet das sieht richtig richtig lecker aus und das werde ich mir jetzt schmecken lassen lecker und dazu natürlich den leckeren becken rosenkohl und alles weitere im fazit nach dem essen es war der letzte happen von meinem teller leute ich sag es euch richtig richtig geil so rindschweinfilet würzen könnt ihr das natürlich so wie ihr möchtet probiert es das einfach mal aus stückchen rindfleischfilet mit schweinefilet einfach paaren verflechten ähm schweinefleisch aufschneiden das rinderfilet innenrei das gibt so viele varianten würzen nur ein steak pfeffer oder anderes gewürz ich fand das jetzt richtig geil mit dem one for all schatz war es überwürzt war sehr lecker sehr lecker wunderbar noch irgendwas dazu zu sagen ich bin satt ich kann nicht mehr es war total gut ok leute probiert es aus macht es nach ihr werdet mindestens genauso begeistert sein wie wir richtig richtig lecker das beste vom schwein und vom rind tja rindschweinfilet leute wir sehen uns im nächsten video däumchen nach oben würde mich freuen abos natürlich auch und hasta la vista und tschüss bis zum nächsten Mal